Ja, meine Lieben, heute geht es um das Thema Vorstellungsgespräch mit einem Rollenspiel. Was zu kompieren und wie ging ihr da vor? Da lasst euch überraschen. Ich mag das ein bisschen Entertainment, so dass ihr alle mitgenommen werdet. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal an, und zwar die Bewerbung. Und ich schreibe, war schon mal erfolgreich. Wir haben den Zusatz, du kommst zu einem Vorstellungsgespräch. Und jetzt geht es weiter. Wie verkaufst du dich da? Und das kriegen wir Step by Step jetzt durch. Und vielleicht wird auch das ein Erfolg für euch.